Ja, wunderschönen Tag. Wir sind heute hier in Kevela, in Irland. Ja, mein Gegner, der ist leider nicht anwesend, hat, glaube ich, verschlafen. Herzlich willkommen zur ersten Challenge. Jetzt muss ich Go-Kart fahren, auf Zeit, und hoffe natürlich, dass ich gewinne. Hey! Ja, ich denke, ich habe die Challenge gewonnen. Bestzeit, was will man mehr? Ja, guten Tag. Willkommen zur zweiten Challenge. Jetzt ist der Irrgarten an der Reihe. Und falls ihr mich nächste Saison nicht auf dem Eis seht, ihr wisst, wo ihr mich suchen könnt. Hey! Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, die Challenge habe ich für mich entschieden. Wie ihr seht, ich bin wieder draußen und wir sehen uns dann in der nächsten Saison. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war die dritte Challenge. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist anstrengend, aber für den Sieg tut man nur alles.